Drück mal ein Stück vor, sonst bin ich so nah dran. Ja, krück mir mal, hat sie auf die Pelle. Ja, was soll ich denn machen? Und dann wird die Hütte beben und dann muss auch die Hütte beben. Und da nehme ich ganz klar auch die gesamte Waldemar mit ins Boot und eigentlich auch alle anderen Blöcke. Sondern da geht es einfach um den Verein, Kickers Offenbach. So wir als Fanwucht, das ganze Konstrukt. Da ist fast egal, wer da spielt. Da ist immer irgendwas möglich mit diesem Gesamtzusammenhalt, der da ist. Das ist einfach total aufzusaugen, dann geht man früh, sehr früh ins Stadion. Nicht wie in der Liga, fünf Minuten vor Anpfiff, man verpasst ja eh nichts. Nein, du gehst schön früh rein, dass du alles mitkriegst. Ich glaube nicht. Ja, ist ja scheißegal, aber dann denken die Spiele, hä, was ist denn hier los? Wir verlieren hier, keine Ahnung, 4-0. Und die peitschen uns trotzdem nach vorne wie die Geisteskranken. Das kann auch sehr, sehr viel wecken in den Spielen. Das ist Kickers. Da sieht man halt aber auch, was wir von der Bank bringen können. Bozic, Garcia, das ist Wahnsinn. Einen Spieler wie Dejan Bozic, den brauchst du auch in so einem Aufstiegskader. Der ist der einzige Stürmer, der wirklich Größe mitbringt bei uns. Und man darf nicht vergessen, der hat zwölf Hütten gemacht letzte Saison. Und der ist für so eine Mannschaft, egal was das Spielsystem ist, gerade in einzelnen Spielen vielleicht, genau der Mann, den wir dann brauchen. Wir haben schon wieder gewitzelt, ja, pff, was würdest du wetten, dass wir wieder eine Viertelstunde später anfangen? Also rück mal ein Stück vor, sonst bin ich so nah dran. Ja, rück mir mal, hat sie auf die Pelle. Ja, was soll ich denn machen? Was soll das Mikro irgendwo in der Mitte parken? Ja, dann willkommen zurück beim Dummgebabbel vom Bash. Wir sind nach dreieinhalb Monaten wieder da. Wie ihr das bedeutet, wie bisher auch. Lukas, das bin ich und Tobi. Gute an euch da draußen. Ja, was soll man sagen? Lange Pause gewesen. Es gab ein paar Gründe, um das nochmal kurz abzureißen oder zu skizzieren. Willst du oder soll ich oder wollen wir beide? Ah ja, ich weiß jetzt nicht, wann haben wir das letzte Mal aufgenommen? Anfang April. Ja, so saisonmäßig. Ja, das muss so, ich weiß nicht, ich glaube nach Aalen oder vor Aalen, irgend sowas. Es war in der Phase, wo wir noch gut in Schuss lagen, in Position lagen, um eventuell aufzusteigen. Und dann hat uns die bittere Wahrheit ereilt. Und ich glaube, dann hatten wir irgendwie nicht mehr so die Lust. Ich glaube, ab Waling dann so, wo das unentschieden war, dann war der Zug raus auch bei uns. Und die Zeit wurde auch weniger, weil Uni und so weiter. Ich glaube, das waren so zentrale Sachen, oder? Ja, also Aalen war halt, weiß ich noch wie heute, war ein sehr, sehr geiler Tag. Also hat die Sonne geschienen, es hat geschneit im April. Alles. Also und wir haben gewonnen, also es war echt ziemlich geil. Und dann kam irgendwann Steinbach, wo du dann halt ziemlich sang- und klanglos verlierst. Und ja, dann weiß jeder, ey, das war's. Und dann hatten wir eigentlich auch echt vor, irgendwie vor dem Hessen-Pokalfinale was zu machen. Und wir hatten riesig Bock. Und auch theoretisch danach hätte man echt viel erzählen können. Ja, aber es, also ich will jetzt nicht immer mit Ausreden kommen, das langweilt euch. Aber es war halt auch oft so, dass wir irgendwie, wenn wir uns getroffen haben, dann hat man halt irgendwas anderes gemacht. Und dann war es schon 10, 11 und dann sagt man, na, will man jetzt noch? Ach, nee, eigentlich nicht. Um das mal ehrlich zu, darzustellen. Ja, ist ja so. Also dann, ja, trinkst du vielleicht auch mal das ein oder andere Bierchen. Oder du machst irgendwie, keine Ahnung, bist du auf dem Spiel gewesen, hier oder dort. Oder, keine Ahnung, auf dem Sportplatz war es vorher. Und hast einfach auch keine Lust mehr dann. Und gerade wenn die Saison an sich dann irgendwie ein bisschen auch vorbei ist. Und dann verpasst du den Moment. Dann weißt du auch, du hast nicht so die Zeit. Ich meine, ihr hört ja immer dann nur das Endresultat, da gehört ja viel dazu mit Schnitt und so weiter. Und da brauche ich auch eine gewisse Zeit für, um das dann halt auch entsprechend hochladen zu können. Und es macht ja auch keinen Sinn, wenn wir dann aufnehmen und ich schaffe es nicht mit dem Schnitt. Das heißt, das sind alles so Komponenten, die zusammenspielen, ja. Und deswegen hat es jetzt so lange gedauert. Und wir hatten dann auch jetzt Richtung neue Saison überlegt. Aber es war einfach immer viel los zuletzt. Oder wir waren dann mal unterwegs. Oder dann hat der keine Zeit gehabt oder hat mir generell halt auch keine Lust gehabt, ja. Wie du schon richtig sagst. Und dann verläuft sich das einfach ein bisschen. Das ist einfach so als Darstellung transparent, wie wir ja sind. Ja, also ich meine, über die Sommerpause haben wir uns dann halt auch gedacht, jo, was wollen wir da groß sprechen? Über irgendwelche Testspiele, die am Ende eh nichts aussagen. Keine Ahnung. Wie es dann wirklich ist, wird man dann in den ersten Pflichtspielen sehen. Wir sind jetzt exakt eine Woche vorm Düsseldorf-Spiel. Ja, qua Aufnahme-Zeitpunkt, genau. Und das ist ja auch vielleicht ein guter Anknüpfungspunkt, weil ja viele jetzt gesagt haben, ja, also natürlich Euphorie und so. Wir teilen das alles und wir haben riesig Bock auf die Runde und alles. Und man kann sicherlich sagen, die Vorbereitung verlief ganz gut, aber wie du schon richtig sagst, also nur ein paar Vorbereitungsspiele sagen halt überhaupt nichts aus, ja. Und das soll jetzt erstmal, das soll nicht die Euphorie bremsen oder das Ziel in Frage stellen, überhaupt nicht. Nur ist es halt so, dass noch nichts passiert ist. Also es stehen null Punkte zu Buche. Die Saison beginnt in zwei Wochen, gut zwei Wochen in Worms. Und ja, nächste Woche sehe ich übrigens als reine Dreingabe, also als reiner Bonus gegen Düsseldorf, dass wir überhaupt mal wieder im Pokal antreten dürfen, uns zeigen dürfen. Hoffentlich sowohl die Mannschaft als auch die Fans uns sehr, 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 sehr überwert oder zumindest auf unserem Wert sozusagen, den wir halt haben. Ja, als Kickers Offenbach verkaufen, auf den Punkt verkaufen und nicht irgendwie da wenig zeigen, weniger zeigen als wir sind. Das glaube ich aber auch nicht. Es sind jetzt ja angeblich schon insgesamt über 15.000 Tickets weg. Ich denke, dass da auch noch ein paar Offenbacher dazukommen werden. Also ich denke, wenn es nicht ganz voll ist, es wird weitgehend ausverkauft sein und dann wird die Hütte beben und dann muss auch die Hütte beben. Und da nehme ich ganz klar auch die gesamte Waldemar mit ins Boot und eigentlich auch alle anderen Blöcke. Insbesondere da die Henninger vor allem, weil die halt einfach auch bekannt dafür ist, dass man jemanden den Mund aufmacht und man mitmacht von den Sitzplätzen. Und da muss der Hexenkessel Biberer Berg wieder da sein und es ist ein riesen Bonusspiel für uns, was wir seit x Jahren nicht hatten. Ja, also ziemlich genau 6, um ehrlich zu sein, seit Hannover. Aber ja, ich sehe das eigentlich ähnlich. Also ich mache mir da auch keinen großen Kopf. Also was haben wir denn mal zu verlieren, wenn man mal ehrlich ist? Wir sind ein Viertligist, gehen ins 10. Jahr Regionalliga und die haben die ersten zwei Spiele der zweiten Bundesliga relativ souverän gewonnen. Ja, aber was juckt es mich denn? Also jetzt mal ganz ehrlich. Wenn wir damals uns, also man kann sich auch vor Borussia Dortmund einscheißen, die dann später Deutscher Meister wurden und hat uns damals auch nicht daran gehindert, gegen die zu gewinnen. Eben, und das gar nicht mal so komplett unverdient. Also wir waren jetzt nicht, ich weiß nicht so, dass Dortmund uns an die Wand gespielt hätte oder so. Klar, die waren ein bisschen besser, aber das meine ich halt auch mit nächsten Samstag. Also klar, unser Trainer hat auch schon gesagt, ja die Fortuna, die ist schon super abgezockt und sowas. Ja natürlich. Und wenn wir Pech haben, sind sie das auch nächsten Samstag gegen uns. Und dann haben wir, wird es sehr schwierig für uns was zu machen, das ist so völlig klar. Aber, dass wir Düsseldorf schlagen können, haben wir jetzt, haben wir schon mal gezeigt, schon mal bewiesen. Und dass wir Zweitligisten raushauen können, das haben wir auch schon mehrfach gezeigt. Und da rede ich nicht von dieser Mannschaft, die jetzt auf dem Platz steht. Damals war, glaube ich, wenn du überhaupt, Mike Vetter dabei. Sondern da geht es einfach um den Verein, Kickers Offenbach. So wir als Fan, Wucht, das ganze Konstrukt. Da ist fast egal, wer da spielt. Da ist immer irgendwas möglich mit diesem Gesamtzusammenhalt, der da ist. Und deswegen habe ich da auch unfassbar Bock nächsten Samstag. Da muss, wie gesagt, jeder, dem das irgendwas bedeutet, alles auch da sein. Und da gibt es überhaupt keine Ausreden. Außer natürlich, man ist im Urlaub gerade und man konnte es vorher nicht wissen. Aber selbst da hätte, das wäre bei mir eigentlich sogar so gewesen. Das kann ich an der Stelle mal, das ist eine ganz witzige Anekdote. Hat sich jetzt wieder geändert, weil, ja, private Sachen mit meinem Kumpel da sozusagen sich anders gestaltet hatten. Aber ich hatte da eigentlich Urlaub geplant und wäre aber, innerdeutsch natürlich, wäre aber tatsächlich nach Offenbach gefahren für dieses Spiel und dann wieder zurück ins Hotel. Nur um das mal klarzumachen, auch das geht, muss ich jetzt, muss ich Gott sei Dank nicht machen. Wäre schon ein Akt gewesen. Aber, ja, das macht man nicht alles für einen OFC. Und das ist natürlich tatsächlich nochmal was anderes, als wenn du jetzt ein Heimspiel hast gegen, was weiß ich, Buchstuhl oder gegen hier Balingen oder gegen Freiberg oder so ein Müll. Ja, also, das ist natürlich auch, jedes Spiel ist brutal wichtig, gerade wenn du dieses Ziel, was wir jetzt Gott sei Dank endlich mal ganz klar definiert haben, Aufstieg, Liga 3, wir brauchen es auch nicht noch zehnmal wiederholen, hat Alex Schmidt auch gesagt, hat er auch recht. Es ist ja klar, dass wir aufsteigen wollen, damit hat es sich auch. Natürlich ist jedes Spiel dann wichtig und du willst immer dabei sein, aber das ist natürlich, wenn du mal wieder volle Hütte hast, vielleicht wirklich die Atmosphäre dann einfach auch mal wieder ein ganz anderes Level erreicht auf allen Ebenen, die wir halt kennen als Fans sozusagen. Ja, ich freue mich auch einfach mal wieder darauf, dass es nicht eben diese 4.000, 5.000 sehr, sehr treuen, muss man auch sagen, sind, die auch immer gute Stimmung machen. Also gerade die, die sind die, die Kickers auf dem Bach am Leben halten. Aber ich freue mich halt auch mal auf diese Musik im DFB-Pokal beim Einlaufen. Ich freue mich darauf, dass es in der Stadt vorher so voll ist. Du denkst dir, was ist denn hier los? Zwei, drei Stunden vor dem Spiel siehst du schon die ganzen Leute rumlaufen in Kickers-Sachen und denkst, was geht denn jetzt ab? Gerade an einem Samstag, ja. Jeder hat Zeit. Wer hat denn, also klar gibt es Leute, die Schicht arbeiten, okay, ist scheiße. Aber ich freue mich so darauf, vorher ins Fanmuseum zu gehen oder sowas. Das einfach total aufzusaugen, dann geht man früh, sehr früh ins Stadion, nicht wie in der Liga, fünf Minuten vor Anpfiff, man verpasst ja eh nichts. Nein, du gehst schön früh rein, dass du alles mitkriegst. Und dann siehst du, wie alles voll wird. Also wenn ich jetzt mal online gucke beim Ticketverkauf, der ist auf der Hemminger und auf der Haupt, sorry, Hermann-Nuber-Tribüne, ist nur an den Seiten noch was und sonst nix. Wann ist es denn mal so voll? Also ich glaube auch, also die Waldemar wird auch mit ziemlicher Sicherheit komplett voll sein. Das ist eigentlich immer so bei diesen Spielen. Das wäre ein Witz, wenn es nicht so wäre. Und wie gesagt, da erwarte ich auch von Leuten in Block 3, Block 1, dass sie tausendprozentig mitmachen. Also ich hasse sowas ja da irgendwie so zu sagen, ihr müsst, ihr müsst, aber doch. Also jetzt seid doch mal ehrlich zu euch selbst. Jeder Einzelne, der da hingeht, also wenn du da bei dem Spiel nicht mal mitmachst, auch wenn du normal eher der ruhige Typ bist, dann weiß ich es halt auch nicht. Also von Anfang an. Und im Optimalfall ist es natürlich so, wir transportieren davon viel in die Liga. Ja, wir haben jetzt, wenn wir Glück haben, Richtung 4.000 Dauerkarten am Ende verkauft. Was sind es jetzt? Also auf jeden Fall deutsch. 3.540. Ah, okay. Stand 22.07. Okay. Schön, dass du es weißt. Ich wusste es nicht. Aber jedenfalls nähern wir uns der 3.6. Die 3.7 werden wir jetzt auch noch packen. Wenn sich ein paar nochmal in den Arsch treten und noch eine kaufen oder halt ihre eigene kaufen, die sie halt bis jetzt nicht haben. Das wird ja wohl drin sein. Also wenn jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann? Also ganz ehrlich. Glaube ich aber auch. Und was natürlich einen Riesenschub nochmal geben könnte, wäre, wenn wir wirklich gegen Düsseldorf weiter kämen. Da hast du eine zweite Runde. Da wollen natürlich nochmal einige Vorkaufsrecht haben. Das ist so bitter, das eigentlich ist, dass du da sozusagen mit Erfolg und so. Aber das ist natürlich so. Das ist normal. Bei jedem Verein mit Erfolg kommen die Fans, beziehungsweise auch das Potenzial an Fans, was zwar da ist, was ich auch gut finde, was ich nicht per se verurteilen möchte, dass die Leute dann eher nicht kommen grundsätzlich, sondern nur bei, wenn dann mal Erfolg kommt. Aber es ist normal und es ist auch wichtig. Das ist bei jedem Verein eigentlich so. Aber wenn diese Leute, wenn wir die auch mal regelmäßig ziehen könnten, als Dauerkartenbesitzer, oder Leute, die zumindest fast jedes Spiel wirklich fahren, also zumindest mal Heimspiel kommen, das wäre halt geil. Mein Wunsch oder meine Hoffnung, mein Traum wäre es wirklich, wenn wir die kommende Runde von mir aus auch durch Erfolg, ja logisch, ich hoffe so sehr, dass wir da richtig geil performen, unsere Truppe. Sagen wir gleich noch zwei, drei Sachen zu. Da habe ich nämlich auch noch was sehr, sehr Wichtiges auf dem Herzen dazu. Ich hoffe wirklich, dass da auswärts immer ein paar Hundert mitfahren, vielleicht wir mehrfach über die Tausende Marke kratzen, und dann, ja, bei nahen Spielen vielleicht mal richtig die Hütte voll machen, dass das aus allen Nähten platzt, ja. Ich denke da an die ersten Regionalligaspiele damals, 2013, Koblenz. Es war, da war ich nicht mal selbst, aber das war ja krank, das war ja Wahnsinn. Da war ich tatsächlich im Urlaub und beiß mir bis heute den Arsch, dass ich nicht dort war. Hoffenheim war das zweite Auswärtsspiel damals, da war ich, das war auch ähnlich krass. Das ist der krassesten, brutalsten Erlebnisse überhaupt. Gerade auswärts. Da hast du gedacht, wir werden ein deutscher Meister. Ja, und das war irgendein unbedeutendes Regionalligaspiel in dem Moment eigentlich, wenn man es mal nüchtern betrachtet. Ja, und wenn wir das rüber retten könnten und wirklich dann nacheim spielen, wirklich regelmäßig 6, 7, 8, 9.000 Zuschauer, wer weiß, ja. Hätten, das wäre Weltklasse. Und bei Auswärtsspielen, wie gesagt, wenn da ein paar mehr mitkämen als letztes Jahr, wäre es auch nicht schlecht. Weil das einfach auch für die Stimmung, ich meine, ihr habt ja alle gesehen, wir haben alle gesehen, was in Gießen abging. Wo halt wirklich alle da waren. Und dann bist du halt, es war ja im Prinzip auch nichts anderes als ein Auswärtsspiel. Wir mussten ja auch hinfahren. Und dann war die Stimmung extrem krank da. Und was ist passiert? Die Steinbacherer hatten ja quasi Schiss davor, ein Tor zu schießen. Und deswegen geht auch übrigens dieser Hessen-Pokalsieg zu mindestens mal 50 Prozent ganz klar an die Fans. Beziehungsweise auf die Kappe der Fans. Und von uns allen und nicht nur der Mannschaft. Die hat es zwar gut gemacht, die hat gefeitet, aber wir haben unser Übriges dazu getan. Also ganz klar. Ja, du kannst natürlich diese Fans, die nur zu so Highlight-Spielen kommen, kannst du, oder die werden schnell so verurteilt, ach, Erfolgsfans oder sowas. Natürlich ist es einfach, das zu sagen. Aber ich meine, so Spiele wie jetzt in Gießen oder auch gegen Düsseldorf, das ist halt auch einfach mal die Chance, denen mal wieder zu zeigen. Hier, guck mal, die Kickers sind auch noch da. Es gibt echt gute Gründe, zu kommen. Und vielleicht können wir auch so mal junge Leute binden an uns. Wie oft haben wir dazu die Chance? Weil, sind wir mal ganz ehrlich, also wenn wir jetzt daheim gegen Freiberg spielen oder Pirmasens, Rot-Weiß-Koblenz halt, ja, irgend so ein Mist. Das lockt doch keinen jungen Kerl hinterm Ofen hervor. Also bitte, wenn wir mal ehrlich sind, natürlich gehen die da lieber zu einem Europapokal-Wettbewerb woanders hin. Keine Ahnung. Es ist einfach schwer für uns. Aber wir müssen einfach zeigen, wie geil wir sind. Und das werden wir machen. Und ich habe da einen riesigen Bock drauf. Und da ist mir das Ergebnis eigentlich ziemlich wurscht. Selbst wenn wir da relativ chancenlos sind, ja und, dann machen wir eine geile Stimmung über 90 Minuten. Glaube ich aber nicht mal tatsächlich. Ich glaube nicht. Ja, ist ja scheißegal, aber dann denken die Spiele, hä, was ist denn hier los? Wir verlieren hier, keine Ahnung, 4-0. Und die peitschen uns trotzdem nach vorne wie die Geisteskranken. Es kann auch sehr, sehr viel wecken in den Spielen. Das ist Kickers. Da gibt es Fernsehberichte, UFC gegen Lautern, weiß ich noch, 70 Minuten gespielt oder so, 0-4. Nee, gegen Augsburg ist das. Ich meine Lautern. Aber vielleicht gibt es auch zwei. Und da sagt der Kommentator, jedenfalls sagt der dann, wo sie das Licht einschalten. Und damals noch mit Pyro, legal und so. Weltklasse, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Augsburg ist. Da haben die irgendwie 5-1 oder 5-0 verloren. Kickers hatten 20 Großchancen. Es ging halt nichts rein und die Augsburger haben halt 5 Chancen reingemacht. Ja, du meinst was anderes, aber das ist ja dieselbe Situation. Also, ich weiß, welches Spiel du meinst. Meins war mal im Massinho-Video. Ah, okay. Nee, also das ist ja egal. Jedenfalls, das ist Kickers und dafür sind wir auch bekannt. Übrigens auch bei vielen älteren Leuten. Ich habe es mehrfach selber erlebt und Geschichten gehört. Ja, habe ich mit meinem Opa hier da und da gesprochen. Der kennt hier Kickers und super Fans und denen ist immer scheißegal, ob sie gewinnen oder nicht. Die sind immer da und die peitschen immer die Mannschaft an. Das ist ein Ruf, den haben wir. Und den sollten wir uns auch bei jungen Leuten wiederholen. Dass jeder weiß, Kickers Offenbach, aha, Punkt auf der Landkarte. Und wo du halt wirklich dann auch im Optimalfall ein bisschen Schiss hast, hinzufahren als Auswärtsverein. Wo die denken, oh fuck, Offenbach will ich eigentlich eher nicht. Das macht gar keinen Spaß. Das ist sowas, das finde ich gut. Also, jetzt nicht, weil es irgendwie asozial sein muss oder sein soll, überhaupt nicht. Sondern einfach nur, weil wir Kickers sind und weil da so eine Wucht einfach einem entgegenschlägt. Ja, und dieser Mix aus dieser Wucht und natürlich eine gewissen fußballerischen Komponente, die es halt braucht in diesem Sport. Also, tatsächlich, taktisch, auf dem Platz, ja, die Zweikämpfe annehmen, alles mögliche. Und dann hast du gegen Düsseldorf jetzt am Samstag eine Riesenchance. Das ist für mich völlig, um mal den Bogen zu schlagen, völlig klar. Also, weiß nicht, wie du es siehst? Ja, also, ich meine, in Offenbach musst du nicht besonders schön spielen. Die Leute müssen einfach sehen, dass du dich anstrengst und dann kannst du auch verlieren und das ist den Fans egal. Ja, und das ist einfach schön. Und ich glaube, das ist auch anders als in Mainz oder so oder sonst wo. Also, ich glaube, wir haben da schon ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, aber ganz ehrlich, ich sehe auch keine Gefahr, dass das irgendwie verloren geht oder so. Guck mal, wir sind im zehnten Jahr Regionalliga und haben jetzt 3500 Dauerkarten verkauft. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt noch aktuell ist, aber ich habe irgendwo gelesen, Monnem hat in der dritten Liga nicht so viel. Ja, ich glaube, tatsächlich nicht. Und die stehen, haben auch Bock, nach oben hin was zu machen. Also, die sind auch ambitioniert, ob sie das jetzt schaffen oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Übrigens, heute haben sie gewonnen, Elversberg hat 5-1 in Essen gewonnen. Leck mich am Arsch, ey. Ich weiß nicht, was da los war, aber da sieht man ja auch, wenn es klappt, die Regionalliga Südwestaufsteiger, die sind ganz oft echt richtig gut. Ja, über die, also, wann sind die aufgestiegen? 18, 19, 19, 19, 20, Saarbrücken? Ja, ich glaube, weiß gar nicht, wer zuerst war, aber so in den Jahren, ja. Die haben eigentlich immer eine gute Rolle gespielt, beide. Magdeburg ist jetzt wieder in die zweite Liga hoch. Ja, gut, ist Nordost, aber klar, es ist Regionalliga und die haben damals gegen uns den Schritt geschafft und seitdem sind sie zweite, dritte Liga, ja. Und das durchaus auch mit einer positiven Entwicklung, also, nicht so, dass man sagen müsste, naja, also, da funktioniert irgendwie viel. Ich traue auch garantiert theoretisch allen drei Mannschaften jetzt Mannheim, Saarbrücken, Elbersberg zu, dass die oben mitspielen, auf jeden Fall, die Saison. Und soll aber nicht unser Fokus sein, sondern wollten nochmal Podolski würde sagen, einen anderen Fokus fokussieren. Grüße gehen raus an Podolski, geilster Typ. Ja, was ich sagen wollte, nochmal taktisch und sowas, was wir jetzt vorhaben diese Saison, was sofort eigentlich schon beim Trainingsauftakt schon durch die Übungsformen allein, durch die Spielformen dann ersichtlich wurde, was Alexander Schmidt will, was offensichtlich auch das Ziel vom Präsidium war, von Matthias Georg war, so einen Trainer zu holen, ist extrem hohes Pressing. Unfassbares unter Druck setzen des Gegenspielers, insbesondere in den Situationen, wo der Eröffnungspass kommt, das heißt, wir laufen nicht blind einfach vorne drauf, sondern es gibt einen Signalpass und wenn der da ist, dann gibt es halt Vollgas Pressing und das ist halt, das liebe ich halt. Kann man bei manchen Mannschaften nicht machen, gerade im Amateurfußball, ist immer ein bisschen schwierig für einen Trainer, wenn er das so spielen lassen will, aber die Mannschaft ist einfach nicht willig genug dafür oder nicht fit genug oder nicht austrainiert genug, da kannst du manchmal auch viel trainieren und es ist trotzdem nicht möglich und das kannst du auch als Profi nicht über 90 Minuten so immer spielen, aber was die Jungs da machen, die teilweise der Jopek da rumplärrt im Mittelfeld und da dirigiert und die Leute draufpressen lässt und die rennen da drauf, die schreien teilweise die Spiele an. Warum? Ja klar, um sie unter Druck zu setzen und dann die Ballverluste zu provozieren und was passiert dann? Natürlich, wir holen uns den Ball und dann geht es nach vorne und zwar mit einer unfassbaren Energie, einer Zielstrebigkeit Richtung Tor und wenn du das umsetzt, das haben sie in einigen Testspielen wirklich die Jungs überragend umgesetzt, ich denke da an Aufstadt zum Beispiel, bei dem 3-0, ja gerade erste Halbzeit und so, auch gegen Köln unfassbar, also gegen Bundesligisten, der natürlich nicht mit der A11 da war, aber trotzdem super gut, das umgesetzt, Chance um Chance erspielen, müssen eigentlich mindestens zwei, drei Tore schießen, müssen einen Elfmeter bekommen, Köln macht halt aus nix, machten die zwei Tore, es gab glaube ich einen Spieler bei Köln, der mir wirklich gefallen hat und das war eigentlich unser Spieler, nämlich Danny, ja und alle anderen, also da war natürlich auch irgendwie, das war gar nichts von denen für mich, aber auch ein Steffen Baumgart hat gesagt, die Kickers haben es sehr gut gemacht, ja und das sagt dann schon was aus, also in einer gewissen Form, du hast eben gesagt, das ist alles Vorbereitung, das muss ich alles bestätigen noch, aber das hat mir schon gezeigt, da ist was da, da ist auch ein Plan da und um das jetzt nochmal rund zu machen, ich war jetzt heute, also du warst ja nicht da, aber ich war ja heute auch nochmal, zumindest die zweite Halbzeit, habe ich gesehen, in Tauberbischofshalm war ich vor Ort und ich muss sagen, die Jungs haben es geduldig gespielt, ja es hat nicht alles geklappt heute, es war irgendwie nicht ganz so rund nach vorne, aber sie haben hinten bis auf ganz wenige Situationen sehr sehr kompakt gestanden, mit vor allem dann der Abwehrkette, mit Jelenjewski, mit Zitzelsberger, mit Marcos, später mit Wanner, der mir übrigens super gefällt, Dominik Wanner auf der linken Seite, mit seinem Tempo, mit seinem Mut, dem ist alles scheißegal, der nimmt natürlich den Ball und rennt los, dann spielt er auch, also er ist mit Breitenbach hinten rechts, dann mit Vetter, also das lief eigentlich schon gut, vorne, wie gesagt, war es ein bisschen stockend und trotzdem haben wir das Spiel am Ende noch gewonnen, durch das Tor an sich, war er ein bisschen glücklich noch, mit zwei Kopfbällen und einer wunderbaren Vorlage von Dejan Bosic, der selbst drüber lachen muss, wo er, glaube ich, von Onangolo angeschossen wird quasi, und dann verlängert per Kopf, Garcia macht ihn dann rein, aber die Aktion vorher, meine ich, die war super rausgespielt, das darf man ja nicht vergessen, super rausgelegt in die Tiefe, Hermes mit einer richtig guten Flanke, Chaco mit dem Kopf, an den Pfosten, der muss eigentlich schon drin sein, mit ein bisschen Glück ist er drin, dann ist das ein astreines Tor, dann mit dem Nachschuss schießt er, wie gesagt, Dejan ab und dann macht Rafa das Tor und da sieht man halt aber auch, was wir von der Bank bringen können, ja, Bosic, Garcia, das ist Wahnsinn und auch im Mittelfeld, auch wenn jetzt ein Bojai weg ist oder so, dann brauchst du nicht, brauchst du da nicht, wir haben so viele überragende, zentrale Mittelfeldspieler geholt, ja, auch in Mayrose, für mich Kämpfer vor dem Herrn, ich weiß nicht, also, wir hatten es vorhin auch von Derflinger, Wahnsinn, der Typ. wenn man so an die Vorbereitung denkt, da kommt einem als allererstes so Köln in den Kopf und gerade am Anfang, da hast du ja gedacht, boah, wie gehen die jetzt drauf in den ersten 30, 40 Sekunden, müsst ihr euch mal angucken, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, und natürlich ist das eine super Methode, aber natürlich kannst du auch so als Gegenpol so sagen, ja, gegen Hanau, gegen, was war das, Eddersheim, und auch jetzt gegen VfB 2, wo du dann so siehst, da kannst du eben nicht so draufpressen, da brauchst du halt kreative Lösungen, und das ist halt, das wird glaube ich so mit die Hauptschwierigkeiten in der regulären Saison sein, dass sie halt spielerische Mittel finden, um das auch aus eigener Kraft, ohne jetzt den Ball abzunehmen, weil wenn wir den Ball haben, können wir den Ball nicht abnehmen, und dann müsst du mal so den Ball machen, Ja, genau. Also, um das nochmal kurz zu erklären, also es ist ja nicht mehr so, dass wir mit typischen Außenspielern spielen, wie letztes Jahr, in Garcia Links zum Beispiel, also wir spielen ja inzwischen in 4-3-1-2, würde ich es jetzt mal nennen. Variabel würde ich sagen, aber ja, das ist so als Grundsystem, ist das glaube ich... Also Viererkette ist klar, Jopek auf der 6, Saric und Derflinger auf der 8, und ein Zehner, plus die 2 Stürme. Zehner hat jetzt auch oft Lämmer gespielt, bin ich ein bisschen überrascht, aber ja, kann jeder andere von denen auch, ein Saric kann es, he he he, ich lache nur wegen dem Haken über dem S, das ist ein SCH, Saric, haben wir uns belehren lassen, ja, Derflinger, die ganzen Jungs können das eigentlich alle, die ganzen Neuzugänge fürs Zentrum, und das Geile ist ja, wir haben da so viel Variabilität im Spiel, das der Gegner uns gar nicht ausrechnen kann, ja, also wer wo spielt zum Beispiel, das ist völlig, ähm, undurchsichtig bei uns, es kann im Spiel, kann jeder die Position wechseln, wenn er soll, ähm, und natürlich, was du sagst, es ist natürlich super viel Laufarbeit, wieder für die Außenverteidiger, und das, ohne dass wir Fünferketten spielen, in der Regel, das ist das Unnormale, das heißt, die eigentlich klassischen Außenspieler, sind entweder die Doppel, die Halbachter, die auf die Außen ausweichen, die, oder die, die Stürmer sogar, oder als dritte Option, die Außenverteidiger, die dann halt mit vorschieben, obwohl wir nur vier Mann in der Abwehr haben, und das kann natürlich in einzelnen Situationen vielleicht auch ein Problem werden, weil es zu offensiv dann ist, bisher hat es aber eigentlich ganz gut funktioniert, also gerade defensiv stehen wir ja eigentlich ganz gut. Ja, um mal ein Beispiel dafür zu geben, wie wir das auch theoretisch einfach verschieben können, also wir haben ja bisher oft, auf der Zehn mit eigentlich so einem, würde ich jetzt mal sagen, inzwischen Stürmer gespielt, äh, Knöll, Lämmer, ja, Knöll, Hosen, und gegen Würzburg hat man, in Würzburg hat man es, finde ich, sehr spannend gesehen, da haben wir dann plötzlich 4-3-3 gespielt, ja, also drei Stürmer auf einmal vorne, der Zehner geht mit vorne rein, die sind da total variabel, wechseln sich ab, wer ist wo, das fand ich super geil irgendwie, ja, ja, und wenn dann auch die Abläufe einstudiert sind, dann kann das natürlich auch eine Waffe sein, ja, ähm, das ist halt so vielleicht der Gedanke, wenn man sich fragt, hä, warum spielt jetzt ein Derflinger, oder ein Saric, hat auf der Zehn, macht doch viel mehr Sinn, als da ein Stürmer, oder ein Flügelspieler quasi hinzustellen, aber vielleicht ist das halt so, dass man im Spiel das so umstellen kann, vielleicht ist das der Gedanke dahinter, ja, um vielleicht nochmal, ähm, auf ein paar, also wir müssen das nicht hier stupide durchexerzieren, aber so auf ein paar Neuzugänge einzugehen, äh, was mir wichtig ist, mal anzusprechen, ist, ähm, es klingt jetzt vielleicht auf den ersten, das erste Hören, auf den ersten Blick so irrelevant, so als der, der No-Name unter den Neuzugängen, aber ich finde, äh, Joost Mayrose wird, könnte ein ganz, ganz wichtiger Spieler werden bei uns, und weißt du auch warum? Weil der die Qualität hat, zu zerstören, und das um jeden Preis, und das mag auch manchmal überhart sein, aber genau das brauchen wir in Offenbach, und das braucht auch ein Aufsteiger, das ist einfach so, dass du auf so einen Spieler zurückgreifen kannst, ja, nicht, dass der immer spielen muss, aber gerade gegen manche Gegner, ist das, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg. Also ich finde, man hat es gegen Köln auch richtig geil gesehen, wie der den Easy Buet, das hast du aber gut ausgesprochen, also wirklich. Äh, wie der den total abgefuckt hat, du hast es richtig gesehen, und, und, der hatte überhaupt keine Lust, also doch, er fand es lustig, hat gelacht, wie wir ihn ausgepfiffen haben, aber da kam es richtig so, äh, das fand ich richtig geil, und da sehe ich auch eine Parallele zu Mike Vetter übrigens, uns hat ein Schiri letztens erzählt, der, äh, ein Vetter wohl mal gepfiffen hat, oder, ja, Linienrichter war, weiß ich, hat erzählt, der Vetter ist ein totaler, totaler Penner auf dem Platz, weil er die ganze Zeit nur quasselt, ja, das glaube ich auch, also, als Gegner hast du so Leute, wie Mai Rose oder Vetter, glaube ich, und das ist einfach geil, ja, und es kann auch ein Faustpfand sein, dass die Leute halt auch in der Startelf stehen, am Ende des Tages, ob es jetzt am ersten Spieltag ist, oder halt dann erst im Laufe der Runde, weil Vetter ist es ja eigentlich immer es selber, er spielt am Anfang nicht, und dann irgendwann merkt der Trainer, oh, Vetter muss eigentlich spielen, und das spielt er halt doch immer, wobei es halt wirklich auch schwierig ist, also Breitenbach macht es rechts hinten jetzt auch wieder super, ja, erst innen, jetzt will offensichtlich unser Trainer die Innenverteidigung mit einem Rechtsfuß und einem Linkshus haben, Seba ist sowieso, brauchen wir nicht diskutieren, ist außerdem Kapitän, und daneben ist halt jetzt ein Zitzelsberger geholt worden, auch total interessante Verpflichtung, die übrigens, glaube ich, nicht passiert wäre, wenn Kapstein sich nicht so dappig angestellt hätte, weil er hätte sicherlich, wenn er fit ist, und das ist er ja offensichtlich, bei uns mittrainiert, und dann hätten die bestimmt verlängert, also wenn er gewollt hätte, mit Sicherheit. Also ich muss auch sagen, da finde ich einen Zitzelsberger einen deutlich geileren Typen. Viel, viel geiler vom Einsatz her, vom Wille her, von der Geilheit her, die du auch spürst, auf dem Platz. Und nicht nur ist der in der Innenverteidigung gut, ich fand den auch links hinten super, also der hat Flanken gebracht, also sowas haben wir von anderen Linksverteidigern im Kader eher selten gesehen. Also er ist variabel, und er passt perfekt ins Profil, was wir suchen. Um da mal weiterzumachen auf der Schiene, ähnlich ist es auch bei, da habe ich es ja schon angesprochen, bei Wanne. Der kann auch links hinten spielen, was auch wirklich eine gute Option ist, er kann aber natürlich auch links offensiv spielen, wenn du mit einem klassischen Flügelspieler spielst, wer weiß, passiert vielleicht ja auch mal, die werden sicherlich auch mal andere Systeme probieren, oder in einem 4-3-3-Linksaußen, oder auf der Halbposition. Der Wanne, der kann mit Sicherheit alles, und wenn du einen wendigeren Spieler brauchst, der eher auch mit Tempo kommt, über die Außen kommt, dann ist der genau der richtige Mann für diese Spielidee. Für vorne haben wir diese Jungs sowieso mit Lämmer, mit Hermes, mit auch einem Knöll, auch einem Hosiner, und sogar einem Bursic. Da sagen zwar immer viele, ah, Bursic, ah, der spielt so scheiße, oh, der hat so eine schlechte Vorbereitung. Ja, es wirkt irgendwie sehr unglücklich teilweise, aber ein Spieler wie der, ein Bursic, Bursic, sorry, ich weiß jetzt immer noch nicht, wie es richtig ist, den brauchst du auch in so einem Kader, in so einem Aufstiegskader. Der ist der einzige Stürmer, der wirklich Größe mitbringt bei uns, und man darf nicht vergessen, der hat zwölf Hütten gemacht letzte Saison, und der ist für so eine Mannschaft, egal was das Spielsystem ist, gerade in einzelnen Spielen vielleicht, genau der Mann, den wir dann brauchen. Ja. Also, ihr könnt mich gerne auslachen, aber der hat immer, nein, überhaupt nicht. Der hat immer seine Quote gehabt, egal wo er gespielt hat, gerade in der Regionalliga, für mich ein Top-Regionalliga-Stürme. Deswegen, er wird einen schweren Stand haben, weil wir mit Knöll eine absolute Maschine geholt haben, meines Erachtens. Wenn der gut in, wenn der in, in Tritt kommt, dann gute Nacht an alle Gegner. Ähm, aber, ja, was haben wir einfach auch für ein Angebot davor? Ja, das ist halt das Krasse, ne, also, Bozic, äh, kann man halt überlegen, ob der so in dieses neue System des Trainers passt, ob der so eine Pressing-Maschine nochmal wird, weiß ich halt nicht, aber trotzdem, jeder wird wichtig werden, und es ist halt auch einfach so krass, ne, wenn du dir mal, wenn du dir mal einfach eine Startelf überlegst, und dann guckst du, wer dann auf der Bank sitzt, da könntest du immer noch ne Mannschaft, äh, die, äh, um Platz 1 mitspielt. Ja. Das ist so krass. Ja. Wenn du überlegst, wir waren ja damals, glaube ich, Herbstmeister unter Reck 17, 18, ne, oder, oder zumindest waren wir sehr lange ganz oben, ähm, mit Treske und so. Ja, ja. Und das war kein besonders doller, breiter Kader oder sowas. Also, das darf man auch alles überhaupt nicht, äh, unterschätzen. Und mit so einem Kader dann, wenn du dir jetzt überlegst, was wir jetzt haben, ja, ähm, das ist krass. Um nochmal bei den Neuzugängen zu bleiben, auch in Onangolo, finde ich eigentlich eine richtig geile Verpflichtung. No Name für mich gewesen, aber der ist groß, der ist robust, der ist schnell, der ist präsent. Hätte vorhin auch fast wieder das Tor gemacht. Den kannst du eigentlich fast überall stellen, auf beiden Flügeln, im Sturm, rechts, hinten. also, als Innenverteidiger würde ich vielleicht jetzt nicht gerade stellen, oder auf der Sechs, aber der kann auch ein Faktor werden, gerade in so Spielen, wo du keine Idee hast, wo du einfach mal auch ein bisschen Tempo brauchst, mal eine Aktion brauchst, die keiner sonst startet. Ich glaube, da kann der schon ein entscheidender Mann werden. Ja, ich frage mich halt so, was so der Plan mit ihm ist, also in Würzburg hat er noch rechts hinten gespielt, seitdem eigentlich immer im Sturm. Ich muss sagen, ich fand es eher unglücklich bisher. Also, wenn er am Ball war, fand ich, hat er nicht so eine Idee gehabt, was mache ich jetzt? Ja, aber genau das meine ich ja, das ist völlig unberechenbar, was er macht. Und das ist genau in den Spielen wichtig, wo jeder denkt, aha, das ist jetzt der nächste Pass, und das macht der garantiert nicht. Ja, aber dann muss es halt einen geben, der in den Pass spielt. Ja, natürlich. Da haben wir aber genug und das sind gerade so Spieler übrigens auch, die eher jetzt noch ein bisschen außen vor waren. Gut, bei ihm ist es auch, bei dem jetzt benannten, ist es jetzt auch, weil er halt erst später da eingestiegen ist, aber Rafael Garcia ist für mich gesetzt. Das stimmt. Für mich persönlich einer, der muss spielen. Ja, das ist eine, das ist, ja, das ist mir scheißegal, muss einer raus. Das ist, also für mich persönlich, da bin ich ja knallhart, also da bin ich auch auf Sretos Seite, weil wir immer Sretos damals runtergemacht haben, ah, der Garcia, der darf immer spielen, aber da bin ich fast auf seiner Seite, weil der ist, guck doch mal gegen Köln zum Beispiel, das sind, es gibt wirklich fast keine Fußballspieler, wo ich eine Halbfeldflanke fordere. Gibt's eigentlich nicht. Ich hasse sowas. Ich hasse Halbfeldflanken, weil die in aller Regel total bescheuert sind. Die bringen fast nie irgendwas, landen meistens beim Torwart. Außer du kannst sie in Perfektion, hast das Timing. Hast einen Stürmer, der auch das Timing hat, dann reinzulaufen. Auch wenn Hosi nicht getroffen hat, jetzt gegen Köln und so, und er auch einen Botze manchmal dann nicht trifft, aber die haben das Timing und der Garcia, der kann diese flanken. Das stimmt, der legt ihn sich auf der linken Seite auf rechts und dann flankt der den mit einer Punktgenauigkeit auf den Schädel. Das ist Wahnsinn. Und das ist für mich eine Qualität, die musst du nutzen. Das stimmt, das ist halt so ein Typ, der hat so eine Qualität, das ist einfach, wie sagt man, X-Faktor. Ja, ja. Also dieses, also dass der einfach in manchen Momenten was kann, was halt andere nicht können. Das gibt's in der Liga-Höhe sehr, sehr selten. Ja, genau das meine ich. Da frage ich mich halt gut, in diesem 4-3-1-2 spielt der Zehner oder einer der Achter. Ist er eher einer, den wir dann immer bringen, wie, keine Ahnung, so Art Petersen, dass der halt immer seine Scorer macht, wenn er eingewechselt wird. Ja. Ja, am Ende liegt es sehr am Trainer. Wir können ja nichts machen. Also ich finde es auch super schwierig, auch mit Jaric, der überragend am Ball ist, der super Tempo mitbringt, der die Zwischenräume beläuft, der auch ein schlauer Spieler ist. Derflinger. Derflinger, der für mich noch ein schlauerer Spieler ist, der super am Ball ist, der fast nie einen Fehlpass spielt, der noch ein bisschen besser im Abschluss sein könnte, hin und wieder, aber der auch wirklich einen super linken Fuß hat, auch Freistoßschütze. Wir haben jetzt mit Semir Jaric und mit Christian Derflinger allein zwei super geile Freistoß- und Standardschützen dazu gewonnen, auch Björn Jopek kann das sehr, sehr gut mit seinem linken Fuß, der übrigens auch für mich einer der zentralen Neuzugänge ist. Jopek im Zentrum, da für die Achse, ein super wichtiger Mann auch in diesem System ist. Stellt euch mal in dem System, bei aller Liebe, ich habe ihn geliebt, stellt euch in dem System mit der taktigen Tunai vor. Der hätte seine Probleme, glaube ich. Ja, dieses Laufen und Rennen und Rumschreien, das ist einfach nicht seins. Glaube ich auch nicht. Also klar, er ist ein super Spieler und er wird jeder Mannschaft gut tun, da bleibe ich bei. Wünsche ihm auch alles gut in Halle, ja, aber finde ich auch ein ganz feiner Kerl, so das, was ich von ihm gesehen habe und gehört habe. Definitiv einer der besten Jungs der letzten Jahre. Ja, auch so mit, im Kontakt mit den Fans und so, also ganz entspannter Typ, aber auch ein Björn Jopek durfte ich schon ein bisschen sprechen, zwei, drei Minuten mal. Super geerdet, direkt das Autogramm gegeben, dann, also total entspannt, obwohl er erst noch zum Team wollte und so und das war scheißen heiß. Also der Typ, auch auf dem Platz, du hast ja auch erzählt, gegen Aufstadt habe ich nur so ein bisschen peripher verfolgen können. Wahnsinn, was der rumplärrt, was der dirigiert, ja, ähm, auch da, Okungbo war erst mal raus, zumindest auf der Sechs, ja, und der ist eigentlich letztes Jahr als der Sechser geholt worden, ja, und der ist jetzt eher so als Ersatz für die, für die Innenverteidigung eigentlich fast eingeplant, würde ich mal sagen, ja, oder wenn halt was mit Jopek ist, ja, okay, dann hast du auch immer noch einen Julian Albrecht, wobei der mich von den Neuzugängen bisher noch am ehesten enttäuscht fast, der ist zumindest sehr unauffällig, weiß nicht, ich weiß nicht, ja, ja, also, vielleicht kommt da noch was, vielleicht, ja, man soll sie jetzt auch nicht komplett, äh, äh, verteufeln, das ist einfach scheiße, ja, lass sie doch erst mal spielen, und dann kann man immer noch nach der Hinrunde sagen, hier, äh, das hat aber natt gepasst, ist ein absolut junger Kerl, ich glaube, der hat ein riesen Potenzial, und vielleicht muss der sich auch einfach erst mal an diesen Männerfußball gewöhnen, U23, oder war es U19 bei Hertha? U23, auf dem Sprung zu den Profis, aber hat, das ist halt schon noch mal was anderes, als in der, ich sag's jetzt mal, richtigen Mannschaft, ja, ich glaube auch, dass er seinen Platz halt finden muss, und, äh, ich glaube, dass ihm einfach auch, also, er muss halt Selbstvertrauen gewinnen, und dann glaube ich, dass der auch ein Riesenspieler sein kann für uns, aber ich glaube, da hat er einfach noch zu wenig Selbstbewusstsein, das muss er sich halt erarbeiten, vielleicht dann auch durch Einsätze, die er vielleicht dann auch kriegt, hoffentlich, ja, ich meine, man wünscht es ihm natürlich, dass er wenigstens dann so ein Spielertyp wird, wie ein Blacky Schwarz, der zwar super unauffällig spielt, in der Regel, aber halt extrem konstant, und super so diese Lücken zumacht, gerade in der Defensivbewegung, und dann auch in der Offensive, in den entscheidenden Momenten, mal einen Akzent setzt, das reicht ja eigentlich, ja, du musst ja nicht immer der Hurra-Spieler sein, wie ein Jaric, der da wolle irgendwelche Dinge, oder irgendwelche Fallrückzieher rein, na, also, das ist ja egal, aber, ähm, es muss halt, dieses Puzzle muss halt zusammenpassen, ja, und ich glaube, das Einzige, was wir jetzt an Neuzugängen noch nicht gesagt haben, sind die zwei Torleute, das ist auch überragend, dass sie da dazugeholt haben, mit Maxi Engel, der jetzt zwar verletzt ist, ein paar Wochen, aber der mir super gut gefallen hat bisher, wenn er gespielt hat, der auch ein echter Konkurrent ist, für Richter, meines Erachtens, und halt mit Michael Zadach, der jetzt dazugeholt wurde, U23, super wichtig, der auch schon Regionalliga-Erfahrung hat, als Nummer 3, potenziell erstmal, das ist überragend, finde ich. Ja, ja, also, es ist echt heftig, wir haben drei Regionalliga-Torhüter, äh, das war in den letzten Jahren anders, also, überleg mal, wen hatten wir denn in der Regionalliga für Torhüter, äh, Fame, äh, wie hieß der? Statovci oder so, genau, äh, ja, Bilal, Jomar hatten wir, genau, weil, weil 15, 16 hatten wir nur zwei, äh, 14, 15 hatten wir nur zwei, oder? Äh, 14, 15 hatten wir tatsächlich Menz, der war, der war stark, Interess, von Worms geholt, ja, das heißt, das fällt raus, aber die Jahre drauf, guten Basti Brune hat es immer ordentlich gemacht, als Nummer 2, Ja, Nummer 3 meine ich jetzt, ja, ja, ich meine, aber dann die Nummer 3 war eigentlich immer nur so ein U19, oder irgend sowas, oder, ja, jetzt in den letzten Jahren war es halt immer Dramontaner, ja, äh, diese, diese eine Glatzkopf, Levent Van Lee, ne, Tolga Schahin, Patrik Rühl, Luka Lozic, ja, genau, ja, ja, es waren immer so, halt wirklich Ergänzungsspiele, also, wo du wirklich gedacht hast, pff, weiß ich jetzt nicht, ne, und das ist halt jetzt komplett anders, also, du könntest alle drei Torleute ohne jede Bedenken da reinstellen, das finde ich halt auch krass, ne, ich stelle dir mal vor, du willst dir in irgendwie Spielpraxis geben, und da spielen die dann auf einmal Kreis Oberliga, das finde ich halt auch interessant, ne, also, irgendwie hört man da sehr, sehr wenig so über die zweite Mannschaft, ähm, ich weiß nicht, können ja kurz mal drüber schwätzen, also, es gibt jetzt, äh, einen Spielplan tatsächlich, und auch die Mannschaft, äh, wird, äh, so, ja, tröpfchenweise über Instagram bekannt gegeben, über die Seite ofc.nlz, glaube ich, bei Instagram, äh, ja, und ich finde es auch richtig krass, da haben wir einige totale Talente geholt, von irgendwelchen großen Vereinen, Mannheim und sowas, äh, also, fand ich schon krass, das erste Spiel haben sie, glaube ich, 11-2 gewonnen, Freundschaftsspiel oder was, ja, ja, die fangen ja mit der Punktrunde erst Mitte August irgendwann an, KOL, also, ist halt immer so, weiß ich halt, durch uns, wir sind jetzt gerade aus der KOL abgestiegen, Mitte, Truss-Forschhausen, Erste Spiel ist zu Hause gegen Dietzenbach, dann, äh, auswärts in Lämmerspiel, geil für mich, Treutonia Hausen, ja, es sind halt schon geile Gegner, also, so für, für die Gebiete, also, für die Leute, die hier in der Ecke wohnen, ähm, für die ganze Region halt, du kannst halt fast jedes Spiel, wenn du willst, die zweite Mannschaft angucken, ja, ich denke, da werden dann Sonntag, also, gerade wenn natürlich die ersten Sonntags nicht spielt, da werden schon ein paar mitfahren vielleicht, ja, hin und wieder, die sich das da angucken, ähm, ich meine, es ist ja auch im Interesse von allen, dass die, dass die Reserve ganz klar aufsteigt, und das nächste Jahr dann wenigstens Gruppenliga spielen, dass es wenigstens nicht komplett, so auseinanderklafft alles, dass du dann dann sagen kannst, okay, Gruppenliga, wir wollen wieder aufsteigen, dann kannst du dir vielleicht noch ein bisschen bessere Spieler locken, oder ähnliche Kaliber locken, dann kannst du in die Verbandsliga aufsteigen, und dann bist du ja fast auf einem Level, wo man sagt, es ist okay, Verbandsliga ist echt in Ordnung, ja, ja gut, jetzt haben sie wohl, was haben sie gegen Verbandsligisten, der Rot-Weiß-Darmstadt, haben sie ordentlich einen auf den Sack gekriegt, die zweite Testspiel, aber gut, das ist wie gesagt Verbandsliga gegen Kreis-Oberliga, das sind immerhin, äh, zwei Ligen Unterschied, ähm, und das ist natürlich, das sind natürlich sehr junge Leute, die da bei uns kicken, in der Reserve, ganz komplett neu zusammengestellte Mannschaft, das musst du ja halt auch mal überlegen, viele 18-Jährige, 19-Jährige, das ist natürlich, das muss erstmal zusammenwachsen, und, äh, wir wollen das jetzt auch nicht überthematisieren, aber das ist natürlich im Sinne von allen, dass wir da möglichst schnell auch mit, mit den Jungs wieder hochkommen, es war die größte Fehlentscheidung, überhaupt die Reserve abzumelden, muss ich ganz klar nochmal sagen, übrigens, bisher eigentlich fast bei jeder Reserve, egal wo, wenn die abgemeldet wurde, ich finde es Schwachsinn, also gerade für Profi-Vereine, das ist, die Jungs aus der U19, die allermeisten fallen hinten runter, das ist der absolute Ausnahmefall, wie bei einem Lämmer, oder wie bei einem Hussein Bajic, dass die da direkt zu den Profis stoßen, und das wirklich schaffen. Naja, dann machen die ganzen Bundesliga-Vereine, die können es sich halt leisten, die sagen halt, jo, dann holen wir halt irgendwelche Leute aus dem Ausland, ich, sorry, aber ich erinnere jetzt mal an diesen Verein da, den es da noch gibt, wenn man sich mal überlegt, was die für Spieler holen, anstatt mal auf die eigene Jugend zu gucken, also ich finde es einfach nur erbärmlich. Ja, es hat sich jetzt ja fast ein bisschen verbessert, so vom Marktbeobachtungsinstinkt her, also Richtung Deutschland, sage ich mal, dass auch nach deutschen Talenten geguckt wird, sage ich zum Beispiel, das ist schon wichtig in der eigenen Mannschaft, aber es ist da teilweise, da wurde ja nur noch aus der französischen Liga gekauft, ja, und durchaus auch Talente, aber jo, da lasse ich mir halt irgendwelche Talente schmieden und dann kaufe ich die ein, für teuer Geld oder auch für nicht so teuer Geld, aber, also das kann man ja machen, aber in der Extremität, in der im Ausmaß, ich weiß nicht. Ja, ja, gut, muss jeder selber wissen, es melden jetzt viele wieder ihre zweite Mannschaft an, das heißt für mich, dass sie einsehen, das war ein Fehler, diese Mannschaften abzumelden, ja, aber ich finde es geil, hast du noch mehr Kickers? Ja, ich weiß nicht, was wir noch sagen könnten oder sollten, in Bezug auf heute lässt sich eigentlich gar nichts mehr groß sagen, nochmal zum Testspiel, das ist wie gesagt, war ein ganz hübscher Sportplatz da, ein Tauberbischof sein, muss ich sagen, ich habe einen neuen Ground gesehen, war ganz cool, das Spiel war jetzt wie gesagt nicht berauschend, haben wir aber gewonnen, also man kann sagen, gelungene Generalprobe, würde ich mal zusammenfassen, und dann werden wir einfach nächste Woche Düsseldorf zeigen, was der Bash ist, und zeigen, dass wir sehr wohl auch gegen Zweitligisten bestehen können, und wie gesagt, wir hatten es ja beide schon auf den Lippen, es ist überhaupt nichts zu verlieren, ich bin da total entspannt, und habe aber eine riesen Vorfreude, und, ich weiß nicht, willst du noch was dazu sagen, oder sollten wir noch irgendwas ergänzen, oder, ach ja, was ich noch sagen wollte, eine Sache noch, David Richter bleibt die Nummer 1, ob der Umstände jetzt natürlich, finde ich eigentlich echt geil, also, auch wenn Konkurrenz wichtig und gut ist, und Engel wirklich ein guter Torwart ist, aber, Richter ist halt Richter, also wir hatten es ja auch schon davon, ja, ja, er ist halt total Kickers, der lebt es irgendwie, auch wenn er nicht hier aus der Gegend kommt, aber, ich finde es irgendwie mega krass, wie, wie geil der das hier findet, die Leute finden es geil, wie geil der sie hier findet, ja, und ich freue mich einfach für den Jungen, ja, der ist geil, der wird uns noch viel Freude bereiten, und, und, ja, kauft euch Karten für Düsseldorf, kauft Dauerkarten, geht auf den Kickers Tag morgen, beziehungsweise, gut, wenn ihr das jetzt hört, dann ist es wahrscheinlich schon rum, ja, aber, deckt euch ein, kommt in Rot, ja, das wird auch vermutlich ganz gut sein, ganz sinnvoll sein, übrigens, das Pokal, kommt früh, ja, nicht, dass wieder 20 Minuten später angepfiffen wird, auch sowas, wir haben schon wieder gewitzelt, ja, pff, was würdest du, was würdest du wetten, dass wir wieder eine Viertelstunde später anfangen, so ein Huni würde ich, glaube ich, wirklich setzen, das ist schon echt normal eigentlich, jedenfalls, ne, also, nochmal ganz kurz zum Pokaltrikot, ist ein überragendes Teil, ich hab's gerade an, äh, den weißen Ärmel mit dem Pokalpatch auf dem rechten Ärmel, äh, mit diesen, äh, Matchdetails in der Mitte hier, das ist Wahnsinn, super geil, sieht es aus, finde ich, und das Beste ist, auf dem Rückenflock steht Offenbach und nicht die blöde Werbung, das ist wirklich, also, natürlich nicht bezahlt hier alles, ne, aber es ist so eine kleine Werbung am Rande, weil das, äh, ist ein geiles Teil, das könnt ihr euch wirklich zulegen, ob mit diesen Matchdetails oder nicht, da vorne drauf ist, egal, das ist ein richtig geiles Trikot, auch die anderen übrigens, Trikots sind dieses Jahr wirklich sehr, sehr gelungen, insgesamt, finde ich persönlich, gerade das Heimtrikot und das Pokaltrikot, Weltklasse. Ja, das sind auch die zwei, die ich mir holen werde, ja, ähm, ja, und es bleibt eigentlich nicht mehr, viel zu sagen, schön, dass ihr mal wieder dabei wart, sorry, dass es so lange gedauert hat, ja, tut uns wirklich leid, und, äh, bringt aber jetzt nichts darüber noch zu reden, sondern wir gucken nach vorne, äh, sowohl als Kickers Offenbach, als Familie, Kickers Familie, als auch wir im Podcast, und deswegen, wir sehen uns nächsten Samstag, äh, bleibt uns gewogen, und wir hauen dann Düsseldorf weg, und wir sind raus, over and out, macht's gut, ihr Lieben, ciao, silzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitzitz Vielen Dank.